Alles klar, wir warten jetzt gar nicht so lange, weil die Charaktererstellung wird ein bisschen dauern. So, darf ich jetzt? Ja, ich darf mit dem Controller weitermachen, sehr gut. Weiblich. Starten als Ritter, hatte ich, glaube ich, mir ausgesucht. Das habe ich aufgeschrieben. Ich habe es vor einer Weile geplant. Ja. So, Geschenk ist natürlich Master Key. Ähm, das, so. Ach, keine Ahnung. Haare hatte ich vorhin gesagt. Ich glaube, der Pferdeschwanz passt ganz gut. So, und jetzt müssen wir noch mal ein bisschen tiefer in die, äh, hier reingehen. So. Das Schwierige ist nämlich jetzt die Farbe. Weil, ihr seht, die bewegen sich zusammen. Das heißt, wir müssen die erstmal ein bisschen trennen. Das ist so unintuitiv, weil, wenn ich den Slider in Richtung Orange bewege, würde ich meinen, dass es dann auch Orange ist und nicht Blau. Aber das ist anscheinend alles invertiert hier. Ah, das sieht schon gut aus. Ah. Dieser lila Stich, da gefällt mir nicht. Oh Gott, wir haben versehentlich Spannos erschaffen. Äh, nein. Das sieht okay aus. So, so genau möchte ich auch gar nicht werden. Kann ich mit den Augen noch irgendwas machen? Nicht wirklich. Das Ding ist, ich weiß gerade nicht, ob... Ja doch, Undain hat eine kanonische Augenfarbe. Aber das ist so ein mega helles Blau. Ich meine, das wird man eh nicht sehen, denke ich. Klingen wir so ein bisschen in die Züren Richtung. Das ist ein bisschen hartgrün. Na, so. Undain ist relativ jung. Äh, ach, das ist... Das ist ein Krampf. Moment. Das hier ist alter. Hilfe. Ich meine, Andain... Da denken viele auch, das müsste ein Mann sein. Also, ich denke, das ist schon okay. Yo, ich glaube, das kann man so hinnehmen. So, Intro interessiert uns nicht. Aber ich glaube, ich mache das Spiel noch ein bisschen leiser. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das Nowe schicht mostrar sie das Nein. Und in dieser Land... The undead are corralled and led to the north. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. I'm scared of the end of the world. The undead. Was there a place to save the end of the world? This is the end of the world. Shoulder. Local, 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 local. You can see the center of the world. Okay, einmal Optionen So, dann haben wir noch ein bisschen runter Und als erstes, was wir machen, ist den Helm ausziehen Ich muss mich nur noch ein bisschen an die Steuerung wieder gewöhnen So, weil Was ich bei diesen RP-Runs auf jeden Fall machen werde, ist Ohne Helm spielen Weil sonst einfach Gar nichts von dem schönen Charakter siehst, den wir gerade erstellt haben So, ich muss mich genau Im ersten Teil war es ja mit Doppel-B springen So, wir haben noch keine Waffe Und das Ding, das können wir auch direkt weglassen Okay, ich mache eine Slow-Roll anscheinend Ich muss ziehen Ah, ich hoffe, das klappt Ansonsten muss ich Ansonsten muss ich mich gleich ausziehen Okay Okay Das habe ich ein bisschen einfacher in Erinnerung Seit wann bin ich so träge So, wir wollen an seinem Arsch bleiben Wir tragen zu viel Rüstung Ja, das ist doch schon viel mehr unser Ding Ja, das ist doch schon viel mehr So, das könnte eine Weile dauern. Aber das ist genau Undines Ding. Okay, das war Glück. Okay, das war Glück. Wow, wir haben 10% vielleicht jetzt geschafft. So, einmal hinter ihm. So, wir dürfen ja noch nicht mal leveln. Okay. Autsch. Okay. 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 Ein weiterer Treffer könnte mich töten. Ich glaube, ich muss ohne Lock-On spielen. Das kann gut sein. Ich glaube, ich muss ohne Lock-On. Ich glaube, ich muss ohne Lock-On spielen. Aber wenn wir hinter ihm kommen müssen, müssen wir ohne Lock-On spielen. Au! 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 Na komm, komm aus der Ecke da raus. Ja, ja, naja. Die Rolle war zu spät. So, wir kommen mal gerade aus der Ecke raus. Ich glaube, er hat so 900 Gesundheit. Nee, nicht mal. Aber ich glaube, 350 Mal muss man ihn treffen mit dem bloßen Fäusten. Ja, ja, naja. Ja, ja, naja. Ja, naja. Ja, naja. Au. In sich sind deine Musti ja ziemlich einfach, aber... Manchmal verschätze ich mich noch. Ja, klar. Ja, mach den Angriff zweimal. Ja, ja, naja. Ja, ja, naja. Ja, naja. Ja, naja. Das war's für heute. Ja, das könnte noch eine Weile dauern. Ich meine, wenn's gut läuft, dauert das so 15 Minuten und ich glaube, den Run schaffen wir so nicht. Weil dann weitere Treffer und wir sind sowas von am Arsch. Das war's für heute. Ah, der macht zwei hintereinander. Kann ich vielleicht, wenn ich die Rüstung anbehalte, aber dafür die Handschuhe ausziehe, kann ich dann noch... Dann habe ich immer noch die Fat Roll oder zumindest eine ziemlich langsame Rolle. Ich glaube, Fat Roll ist es nicht, aber... Ich glaube, wir können die Rüstung anziehen. Aber dann geht es nicht. Genau das war's für heute. Er macht die Rüstung an. Soll ich das mit den Rüstung an? Mach die Säule kaputt. So, du musst aus der Ecke da raus. Komm her, komm. Okay, macht keinen Unterschied, ob starken Angriff oder schwachen Angriff. Kannst du wohl aufhören? Äh, das war vermeidbar. Okay. 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 Komm hol aus Naja nicht so Aber okay Starker Angriff aus dem Sprint Macht glaube ich auch keinen Unterschied oder? Spannende Musik So, wieder aus der Ecke rauskommen. Einmal rausbaiten. So, du machst jetzt einen zweiten, oder? Nein. Nein. Okay, das macht keinen Unterschied. Der Angriff ist exakt der gleiche. 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 Der Angriff ist exakt der. Der Angriff ist exakt der. Der Angriff ist exakt der gleiche. Der Angriff ist exakt der. So, komm von der Wand weg. Ja. 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 du fliegst wieder hoch. Genau, mein Lieblingsangriff. Ja, mein Lieblingsangriff. Ein bisschen Abstand. Ja, mein Lieblingsangriff. Ja, mein Lieblingsangriff. Ja, das Nervige ist, dass ein Schwanz mich von seinem Arsch wegschieben kann, aber ich dann außer Reichweite bin. Also der Schwanz selber gehört nicht so richtig zur Hitbox. Hey, Heidzeit. Okay. 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 Das war's. Das war's. Das war's. Ich komme weg von der Wand. Das war's. 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 Und das war's. 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 Nie wieder. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, okay. Das war's. 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 Und ich muss. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 verwenden. Twinkling Titanite. Titanite Shard. 800 Seelen waren die genau. Wir brauchen doch immer noch was zum Anziehen. Unser Fashion Souls ist gerade nicht so beeindruckend. Die Erstmal den Aufzug. Die steht jetzt direkt davor? Nein. Okay, das ist eine Möglichkeit. Aua. Irgendwie kriege ich es mit den Backstabs noch nicht so richtig hin. Falls es bei ihm überhaupt geht. Titanite Shard. Nice. Und eine Feuerhüterseele. Das heißt, wir upgraden direkt erst mal unseren Speer. Danach können wir die Estus Flasche schon auf Plus 2 bringen. Ich muss sagen, die erste Stunde ging irgendwie viel schneller rum, wo wir nur beim Asylum Demon rumgeeiert haben. Titanite Shard. Das andere war Small Titanite Shard, ne? Der erste hatte so ein nerviges Crafting System. Das war's für heute. Das war's für heute. So, aber für die Gargoyles möchte ich schon gerne eine stärkere Waffe haben. Ach, ihr wart zu dritt. Das hatte ich ja ganz verdrängt. Das war's für heute. Das war's für heute. Von euch muss ich theoretisch gar nicht erst vorbei. Aber ich glaub Basement Key war da durch irgendwo. Ist da eine Leiter? Ne, ich dachte schon. Das hätte mich sehr irritiert, wenn da eine gewesen wäre. Okay, bei dir bringt eine einfache Dreier-Kombo nichts. Titanite Shard. Dankeschön. Die Ecke. Die Ecke. Die Ecke. Komm, lass mich backstabben. Naja, passt. Natürlich. Okay, ich hatte hier mich ausgeruht. So, der eine Dude ist ja sowieso schon tot. Okay. 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 Ja, diese Warzenschweine gehen mir immer sehr auf den Sack. Die habe ich immer gehasst. Oh, was war denn hier nochmal? Was war denn hier? Auf dem Balken war auf jeden Fall irgendwas. Und da unten ging es glaube ich richtig heiß her. Okay. 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 Was hast du? Mystery Key. Ich glaube, das war der Mystery Key, war glaube ich der, der normalerweise zu Pfannkuchenmann führt. Okay. Das bist du. Hatte der schwarze Ritter auf dem Turm irgendwas Sinnvolles? Wenn ich mir das so angucke, sehe ich eigentlich keinen Grund, den Weg da freizumachen. Okay. 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 Das habe ich mir, ich kann es sogar noch auf plus vier bringen. Okay! ich kann sogar noch bloß 5 bringen aber dafür brauche ich noch mehr sehen aber Soldatenhelm, ich will kein Soldatenhelm, ich will Upgrade-Material. Moonlight Butterfly müssen wir auch dran denken, dass wir die Seele uns holen. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das Lagerfeuer bei Andre können wir auch gleich mal hochrutschen auf Stufe 2. Weil wir brauchen das einmal für hier und einmal halt für Sands Fortress später. Und komm, Titanite Demon holen wir uns auch bei der Gelegenheit noch. Komm, wir brauchen die Seelen und das Demon Titanite können wir später auch brauchen. Na, wir haben auch nur zwei Humanity. Aber ich glaube, so ziemlich jeder Boss droppt das Zeug. wird das ZDF... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Aua! Der hält aber ganz schön was aus! Egal, Challenge accepted. Weil können wir mal gucken, was Magie so gegen ihn ausrichtet. Dafür müsste man erstmal nah genug dran sein. 32 Damage. Ich glaube, Heavy Soul Arrow wäre hier besser gewesen. Ja. 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 Ich muss unter ihm bleiben. Glaube ich zumindest. Ich muss unter ihm bleiben. Man neigt auch zur Selbstüberschätzung, wenn man so lange nicht mehr gespielt hat. Ich muss unter ihm bleiben. 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 So, wir brauchen... Drei. Brauchen wir jetzt nochmal Seelen dafür? Ja, 200. So, und mehr... Genau. Mehr geht gerade auch noch nicht. Also besser werden wir uns nicht auf die Belltower Gargoyles vorbereiten können. Dann würde ich sagen Gargoyles. Capra. Kurz in die Tiefen führt die eine Kohle. Hi, Fusui Katsuchi. Willkommen zum Stream. Also das... Also das... Willkommen zum Stream. Willkommen zum Stream. So. Mal sehen, ob ich das hier jetzt verkacke. Mal sehen, ob ich das hier jetzt verkacke. Soll es eher respawned ja nicht. Kill, äh... Kill, äh... Kill zu Lord Ringo. Das sind nämlich... Werden ihn tatsächlich nicht leben lassen. Meine ja, normalerweise töte man ihn direkt, weil... Egal, aber... Aber ich will mir den Fab Ring halt schon irgendwie verdienen. Dann müssen wir den Fab Ring. Drugs ist auch noch nicht allesengutig. Deh嘛. Ja! Oh Mann. Der kommt... Der kommt... ig. Das kommt... Jetzt ist... Dreh направ. Der kommt. Ein, da. Der kommt. Der kommt. So, und jetzt den Channeler. Ich mag den Kampf in Londo. Ja. Der ist auch an sich ganz cool. Mit ihmchen muss ich ihm jetzt auch noch ein Theme Run machen. Aber dafür brauche ich halt die Waffe, die er droppt. Oh, 1000 Seelen. Sage ich nicht Nein zu. Achso, da unten sind ja auch noch die Dudes. Na, wenn wir ihn befreien können, können wir ihn ja, glaube ich, sogar beschweren, ne, für den Kampf gegen die Gargoyles. Ihn und Solaire. Wobei ich denke, ich ohne Summons spielen werde. Weitgehend zumindest. Ah, Mystery Key war für ihn. So, hier ging's rauf, ne? Ich muss immer echt wieder an Dark Souls 1 gewöhnen, weil ich hab, seit ich, ich hab's einmal gespielt auf 100% gebracht und danach hab ich halt erst mal Pause gemacht. Dann die anderen beiden Teile auch noch jeweils mit Pause dazwischen 100% gemacht. Und sonst hab ich immer nur Videos gesehen. Da vergisst man immer so ein bisschen, dass man doch nicht so gut ist. und dass es in den Videos dann doch ein bisschen einfacher aussieht, als es ist. Können wir seinen Schwanz abschneiden? Ah. Ah. Nein siehst. Nein. Nein, 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 nein nein, nein, nein. So. Zwei Feuerwilder sehen. Die Puppe. Die Puppe muss ich noch holen. Pinreel will ich auf jeden Fall legen, bevor ich nach Anor Londo gehe. Und S. Vor allem, wenn ich halt so kein Schild verwende. Wird halt ein bisschen nervig mit nur 10 Estus. Genau, mit 20 Estus ist halt auch schon nice am Anfang. Warte, gibt Belltower Gargoyles echt schon 10.000 Seelen? What? Hatte ich gar nicht im Kopf, dass die so viele geben. Ich meine, nice. Finde ich gut. Ja, dann holen wir uns nämlich auch direkt mal Heavy Soul Arrow. Weil ich glaube, der normale ist es irgendwie nicht wert. Weißt du, zufällig, wie man in Dark Souls 1 Leitern runterrutscht? Weil ich habe das irgendwie... Ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht. Aber ich habe es nie rausgekriegt. Und die wegen Schlüssel und göttlicher Segen. Wenn man jetzt immer den Arsch rettet. Ja, also ich nehme jetzt, wo ich das Spiel erkenne, auf jeden Fall immer den Meisterschlüssel als Gabe. Aber es ist ja auch erst mal ein zweiter Playthrough in dem Sinne. Das ist mein zweiter Charakter. Mit dem ersten musste ich es ja schon zweieinhalb Mal durchspielen, um auf alles auf 100% zu kommen. Nicht nach unten, nur B. Okay. Hier ist ja gleich eine Leiter. Ich probiere das mal. Was haben die sich denn da überlegt? Weil das Problem haben nämlich Dark Souls 3 und ich bin mir so wichtig, auch Dark Souls 2 nicht. Oh, es gibt viele, die es nicht wissen. Ja, es ist halt auch so unintuitiv. Ich probiere dann alles aus. Weil irgendwie gehe ich dann normalerweise davon aus, dass ich schon eine Richtung sagen muss. Also ob ich schnell nach oben klettern oder schnell nach unten rutschen will. So, Firelink. Dann holen wir einmal kurz den Pfeil. Bad of Chaos Hasboss? Ähm, ja. Praise the Sun, ja. Bad of Chaos ist halt einfach... Das ist halt... Das ist ein Boss, wo man wirklich merkt, dass dem am Ende die Zeit ausgegangen ist. Und ich finde halt gerade die ganzen Sachen, wo die Zeit ausgegangen ist, wären auch die Sachen, die man im Remaster hätte angehen können. Ich meine, was haben sie groß gemacht? Außer ein paar Grafik-Touch-Ups und das 40-Dollar-Bonfire bei Varmus. Die haben sich echt dafür entschuldigt, dass der Boss so ist. Ja. Die Idee ist ja an sich nicht mal schlecht, aber es ist halt einfach von der Umsetzung nicht in Ordnung. Also, der Boss ist auf jeden Fall nicht so geworden, wie sie es selber haben wollten. Das Spawnfire bei, ähm... Bei Varmus. Im Remaster gibt's da eins. Muss auch so dazu sagen, ich hab selber nur das Remaster gespielt. Also, ich kann's jetzt nicht vergleichen mit, äh... mit, äh... der PewDiePieHard2DieEdition. So, Quill... Machen wir jetzt Quillag oder machen wir erst, äh... Moonlight Butterfly? Bei Moonlight Butterfly brauchen wir halt die Seele später von. Varmus war dieser Skelettschmied da. In den Katakomben. So, einmal Intelligenz. Wir können noch zwei Level machen. Diversite Attunement. Einfach, dass wir schon mal den zweiten Slot haben. Ha. An das Spanische Varmus. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen out of the loop. Äh... Komm, wir holen erst, äh... Moonlight Butterfly. Weil da ist ja auch ein, äh... Ember. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, welche. Ich muss sagen, das ist etwas, was ich in Dark Souls 2 und 3 auf jeden Fall besser fand. Das Crafting-System war nicht so unnötig kompliziert mit den zig Materialien. Und ich finde, ich muss auch sagen, die Menüführung ist in Dark Souls halt echt nicht sehr gut. 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 Das war's für heute. Ah, okay. Ja, ich hatte leider kein Spanisch. Das heißt leider. Ich hatte irgendwann... Ich hab den Fehler gemacht in der Schule Latein statt Französisch zu wählen und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr auf weitere Fremdsprachen außer Englisch. So, genau. Gehst du das in den Army Gangster-Filmen, die in Mexiko oder Kuba... Ja, nicht so. So, da drüben ist ja das Hidden Bonfire. Boah, die droppen so viel Zeug, die Viecher. Ich weiß gerade nur beim besten Willen nicht mehr, wo es den Ring gab. Für Blytown, den, dass man ordentlich durch den Sumpf kommt. Dark Souls 1 auf der PS3 war Blytown echt eine... Ja, Blytown wird ja auch so FPS-Town genannt. Ich meine, so FPS-Probleme hatte ich halt mit der... Mit der Remastered Edition auf dem PC zum Beispiel nicht, aber... Während man es natürlich einmal so erlebt hat, dann prägt das einen natürlich. Muss sagen, einmal Blytown hat mir auch gereicht. Wenn da jetzt nicht gerade was ist, sehe ich jetzt keinen Grund da extra durchzulaufen. Ja, komm, lass mich... Ja, komm, du bist unverwundbar, während du rausspringst. Mhm. Kann man die Frage beantworten oder noch Spoiler? Ich habe das Spiel auf 100% durch, also von daher... Mich kannst du hier nicht spoilern. Willst du rissen, wo da was gegen den Ding ist? Ich weiß es halt nicht mehr, ne? Okay. Ach, das war die Geschichte hier, ne? Adelsan, genau. Das war nämlich auch nochmal so eine Sperrgeschichte. Wie war das nochmal? Einer von... War doch irgendwie die bessere Version vom anderen, ne? Hat auf jeden Fall ein bisschen besseres Scaling. Ich muss gerade nochmal gucken, ob Padel sein oder... Winged Spear besser war. War einer irgendwie eine bessere Version vom anderen. Dann probieren wir mal Heavy-Soul-Arrow aus. Okay, schlechte Idee. Komm, lass mich wenigstens aufstehen. Ach, noch einer? Echt jetzt? Ach ja, die haben ja ihren Buff-Zauber. Das hatte ich ganz verdrängt. Was? Ich will, ehrlich gesagt, gar nicht so nah an die Dudes hier ran. Ach, mich macht der ja auch noch langsamer. Lass mich aufstehen, lass mich aufstehen. Es ist nach 4 Watt, keine Ahnung. So, was war jetzt mit dem Winked Spear, bzw. mit dem Parazon da? Hä, wie hieß das Ding? Hardest End, so rum. Hardest End, so rum. Hardest End, so rum. Silver Knight Spear oder Pike? Ach ja. Also ich bleib jetzt erst mal bei dem. Ich hab eh nicht wirklich die Seelen, um das aufzurüsten. Warum bist du jetzt wach und kommst angescheißert? Warum schlaft ihr nicht? Ah, ich hab nur 5 Estus. Das ist natürlich jetzt nice. Ich mein, ich hab genug Menschlichkeit, glaube ich, wenn's drauf ankäme, aber auch nur, wenn ich jetzt nicht abnippel. So, ihr kommt nicht mit hoch, ne? Lang dicke für das 4. Ich hab aber jetzt nichts zum blocken. So, wie war das? Meine Magie erreicht es nicht, ne? Doch. Aua. Okay, nicht rum, ah ja. Aber wie kann man, wie konnte? Wie hat, wie kommt, wie ist man dem Strahl nochmal ausgewichen? Ich hab nicht mehr raus, wie man dem Strahl ausweicht. Ich glaub, bei dem Scattershot hilft nur blocken. Den Dreier konnte man ja gut ausweichen. Aber wie kann man ja gut ausführen? Also, wir werden wan Jetzt kannst du hier einen NPC rufen. Ja, stimmt. Dafür muss ich aber erstmal männlich sein. Ja, stimmt. Ah, okay. Ich muss einfach mich nur bewegen. Ich glaube... Oder auch nicht. Na, komm. Ich bin ja, ich bin ja. Das war's für heute. Das war's für heute. Komm, ich muss noch einmal treffen. Das war's für heute. Nehmen wir auch gleich den Knochen nach Hause. Watchtower Basement Key, Divine Ember, Homeward Bone. Das war ja mal knapp. Aber wir brauchen halt die Seele für das Moonlight Butterfly Horn später. Weil ich will das und ich will den Dragonslayer Spear. Weil, wie gesagt, Speere sind unsere Hauptwaffe in diesem Run. Besser benutze ich den Crest Crest Shield auch nur für die Ausdauerregeneration und nicht zum Blocken. Das sind auch nochmal 1000 Seelen. Das ist eiskalt. Auf Winterniveau. Aber jetzt ist hier eigentlich immer ziemlich zufällig, dass ich 20 Grad bei uns. Ohne, ich volle im Schatten. Ich hab keine Sonne hier. Okay. Na, sollen wir den Padesan mal eben upgraden? Wie ist denn das Moveset von dem? Mann, das ist, das ist der Neue. Das ist natürlich ein bisschen besser gegen Gruppen. Also es spricht im Grunde genommen nichts gegen beides. Wird nur sauteuer. Das ist jetzt so vom BK, aber für welche waren das nochmal? So, eins brauchen wir noch. Black Knight, ähm, ja, wenn man so hat. Das Ding ist, du kannst dir halt erst zum Schluss richtig farmen, weil bis dahin ja alle Black Knights, äh. Alle Black Knights ja nicht respawn. Bisschen Endurance. Ah, das war ein bisschen Strength. Also Wingspear dann gegen einzelne Ziele und dann den Partisan gegen Gruppen. Entweder doch die Hellebarde oder das Schwert. Der Black Knight Shield hat mich ziemlich gecarried. Wegen seiner Feuerresistenz. Warte, ich darf ja gar nicht blocken. Beziehungsweise ich darf schon, aber ich will nicht. Und nicht mit dem Schild. So, dann schnappen wir uns einmal Capra Demon, würde ich sagen. Das Ding ist, ich muss den Schild sowieso im zweiten, also einmal wegen der Ausdaueregeneration und ich muss halt zu ihm wechseln, damit ich parieren kann. Ich muss auch dazu sagen, Dark Souls 1 ist der einzige Teil der Reihe, wo ich parieren kann. Capra Demon ist halt auch, wenn du nicht gerade einen Tank-Build hast, der sich nicht staggern lässt. Das Ding ist, es besteht die Vermutung oder Grund zur Annahme, dass die beiden Hunde, die bei Capra Demon mitspawnen, dass die eigentlich nur kommen sollten, wenn Capra Demon schon besiegt ist. Weil die spawnen nach, aber sonst spawnt ja eigentlich nichts nach, was zu einem Boss gehört. Das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, das hätte man im Remaster machen können. Weil Capra Demon ohne die Hunde ist halt einfach nur ein normaler Kampf in sehr engem Raum. So, wir können bei der Gelegenheit auch Kriegs befreien, von daher ist das gar keine so schlechte Idee, was ich hier mache. So, das hier geht mit Master Key nicht auf, genau, weil der sich nicht von der Seite hier öffnet. Das ist halt das Problem. Sie haben es, wenn du halt einen Fehler lang genug drin lässt, musst du ihn fast schon drin lassen. Ich glaube, die wenigsten wären traurig, wenn Bed of Chaos überarbeitet würde. Ach, dich habe ich vorhin gar nicht gesehen. Aber bei Capra Demon... Capra Demon ist halt auch so eine Feuertaufe für viele. Ich sag mal so, O und S haben auch das Problem. Also zum Beispiel Ornstein, der glitscht 100 pro. Also, was der teilweise sein Geschossangriff... Man sieht richtig, wie er an den Säulen entlang glitscht. Das kann eigentlich mir auch keiner erzählen, dass das gewollt war. Aber wenn du das halt jetzt ändern würdest, kannst du das halt auch nicht... Also, kommt halt auch nicht gut. Hier steht nicht, wie viele ich im nächsten Level brauche. Noch fünfmal mehr. Mafia mit dem... Ich habe Mafia nicht gespielt und ich weiß jetzt nicht, was du mit dem Auto meinst. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oh, die Viecher haben mich auch so angepasst beim ersten Playthrough. Genau. Ein Treffer und du bist einfach vergiftet. Na, sollen wir den... ...den Black Knight mehr herausfordern? Ich meine, wir sind sowieso auf dem falschen Dampfer, wenn wir zu Cap redeemen wollen. Na, aua. Das ist natürlich ungünstig, dass der mir gefolgt ist. Black Knight sind auch, finde ich, die... Also, generell die Ritter gehören zu den wenigen Gegnern, die ich überhaupt parriere. Die halt und gewinnen. Weil die haben eigentlich gute Parry-Timings. Also, die kann man, finde ich, gut lesen. Es gibt ja diesen Glitch, dass man Seelen und so verwenden kann, ohne sie zu verwenden. Weil, wenn man gerade in einer Parry-Animation ist, dadurch habe ich halt dann mit den Knights halt, äh, parrieren geübt. War schon motivierend. Silver Knight, ja, Silver Knights sind ja auch einfach nur... ...nur Black Knights, aber halt... ...nicht so verbrannt und gross. Wieso kann ich keinen Backstab machen? Na, komm, runter. Komm, runter. Oh, 200 Damage. Nice. Da fehlt nur noch dieser Knall, der dann normalerweise kommen müsste. Fight in 1 Schunk. 800 Seelen, naja. Weißt du, gerade zufällig, ob Moonlight Butterflyhorn und, ähm, der Dragonslayer Spear, ob die gebufft werden können mit Magic Weapon? Weil, er bringt wenig für die beiden Zauber was zu investieren, wenn... ...das halt nicht funktioniert. 550 Seelen für Parry. So, Basement Key. Ja, wir gucken bei der Gelegenheit mal gerade nach Herbel. So, Basement Key. 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 So, leveln wir einmal kurz. Gesundheit geht halt nicht wirklich hoch, ne? Aber es ist halt das, was im Moment eigentlich am meisten fehlt. Wenn du keine Umstände machst, kannst du auch so nachgucken. Ich hätte jetzt sonst ins Wiki geschaut. So, mein Anti-Massenspeer hier. So, mein So, hallo Hebel. Wenn ich, wenn ich ihn einmal nicht pariere, bin ich halt sofort ein Pfannkuchen. Ich glaube, das lassen wir lieber. Ach, ich habe gar nicht den, den Blue Tearstone Ring geholt. Ich habe gar nicht den, den Blue Tearstone Ring geholt. Ich habe gar nicht den, den Blue Tearstone Ring. Wir müssen uns immer noch Klamotten besorgen. Ich glaube, das Royal Knight Set gab es in, wo war es? War es nicht sogar ein Darkroot Basin? Okay. 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 Jetzt ist das Knight Default. Ich bin gerade in der Gemahlten, kommt er so schnell raus. Ach, ich habe es halt Elite Knight Set. Das war das, was ich suche. Darkroot Garden. Follow the road until you get to a door that is sealed. Äh, ja, ich weiß wo. Äh, bei der Gelegenheit erhöhen wir da direkt mal unsere, unsere Equip Load. Weil wir brauchen, das geht ja nicht, dass wir hier die ganze Zeit oben ohne rumlaufen. Gelegenheit erhöhen wir dann. Und deswegen sch psychic Sharon, dann geht es wieder da ab. Okay. Ja. Undnder kann man Alien sind. ellingen finder. Das war's. So, bei der Gleitigkeit kann ich das Darkroot-Lagerfeuer da auch noch hochpushen. Weil spätestens, wenn's zu Sith geht, brauchen wir das. Wobei ich Sith dieses Mal ziemlich spät machen will. Ich will erst den DLC machen. Weil es gibt ja die geheime Cutscene, wenn man den DLC zuerst macht. Das war's. 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 So Elite-Night-Legends, so rum. Jetzt kommst du auch noch, ja klar, spammt doch einfach. So, ich weiß jetzt nur nicht, was wir brauchen. Oh, mit der haben wir Fettrollen, ne? Das ist natürlich total toll. Okay, wir müssen auf jeden Fall ein bisschen pumpen gehen. Ich meine, wir haben eine relativ simple Seelenfarm mit dem Drachen. Aber möchte ich eigentlich nicht darauf zurückgreifen. Ich würde sagen, da machen wir jetzt Capra. Ja, endlich. Quillac Ceaseless. Ja, Nilsson, willkommen zum Stream. Und danach gehen wir ins Undead Asylum zurück. Legen Stray Demon und drohen die Puppe. Und dann versuchen wir mal, ob wir zu Pinwheel kommen. Ich muss auf jeden Fall unser Equip-Load noch so hinkriegen, dass wir... Dass wir mal uns was anziehen können. Ich meine, ich verzichte ja sogar schon auf einen Helm, aber... Das bringt's noch nicht so richtig. So, und es hieß, auf dem Dach ist der... ist der Ring für... für Blythe Town. Ähm, ja, wie kam er nochmal da hin? Richtung Nest... Also, da ist das da oben auf dem Dach oder da oben auf dem Nest? Weil ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, wie man da hinkam. Also, zum Nest geht's ja hier rüberspringen und dann da hoch. Ja, ich hasse das Platforming in Dark Souls. Das ist das Ding, ich weiß gar nicht, das... in der mitte absprung auf einen vorsprung rollen ja der teil ist nicht so schwer ja okay das war jetzt natürlich total sinnvoll ach ja so ging das ah ich glaube ja dann weiß ich jetzt wo das war ich glaube das war die tür die ich am anfang gesehen habe wo ich nicht mehr wusste wie man da rein kam dann ändern wir unseren plan ein wenig dann machen wir erst capra demon holen die eine kohle worten uns dann zurück zu feierling hoffe dass halt dass wir hier den behalten können wobei wir müssen eigentlich das andere bonfire verwenden weil ich glaube nicht dass ich capra demon so first try schaffe dann gehen wir zurück ins asylum legen stray demon der wahrscheinlich einfacher wird als sein schwächerer bruder weil den haben wir nur mit unseren fäusten gelegt das hat die erste stunde dieses streams gekostet und stray demon ist ja eigentlich nicht wirklich also ich meine hat seinen magie angriff aber bei ihm kannst du halt genauso am arsch kleben ich bin Das war's. Nein! Schwerkraft. Okay, sagen wir dich nochmal abnippeln, ist ja alles gut. Okay, go! Das war's. Oh, wow. I'm a repair equipment. Dann einmal Endurance. I'm a repair equipment. I'm a messenger. Ah, hier ist die Geschichte. Ah, hier ist die Geschichte. Ah, hier ist die Geschichte. Das sind die Sassinenviecher, ne? Ah, hier ist die Geschichte. Eigentlich in einer von denen auch irgendwie ein Item. Ah, hier ist die Geschichte. 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 Ah, hier hinten war das. So, sonst war hier nichts. Doch. Sorcerer's Catalyst. Ja gut, das hätten wir. Haben wir eh schon. Ah, hier ist die Geschichte. Ah, hier ist die Geschichte. Die Geschichte. Hier reduziert das Bleeding Build ab. Ich glaube, die machen das hier auch. So, beide Doggos sind tot. Jetzt muss es aber echt gehen. So, beide. So, beide. So, beide. So, auch. Das war's für heute. Aua! Aua! Bitch, please! So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Schlüssel zu, äh, wo die Tür zu den Tiefen war. Ich habe irgendwie im Kopf, entweder war das hier unten in der Ecke, oder ich glaube, man musste, oder musste man über die Mauer, oder ist das wegen, ich habe irgendwo jetzt jetzt auch gleich, glaube ich, auch ein bisschen mit dem, äh, es gibt jetzt einen Skip, man kann ja einmal wirklich die Deathcam auslösen, wenn man irgendwie bei der Mauer richtig fällt. Den Schlüssel habe ich bekommen, aber ich weiß nicht, wo die Tür dafür ist. Das habe ich erfolgreich verdrängt. Äh, die Frage ist, wie viel, wie viel Elite Night Armor, so, das heißt, ich habe 36, da brauche ich nicht theoretisch 72, um auch nur eine halbe. Na gut, das Problem ist natürlich, dass ich, wenn ich auch zwei Waffen habe, dann zieht das natürlich entsprechend halt auch, äh, auch an, äh, an Dings, an, an, äh, dann zieht natürlich auch entsprechend, äh, an meiner, an meiner Gewichtskapazität. Aber ich kann auch nicht, dass ich die ganze Zeit oben ohne rumlaufen, also... ... Okay, die ganzen Angriffe interessieren mich jetzt halt dafür so gut wie gar nicht mehr. So, ich frage jetzt, wie weit muss ich rein, um die Ember zu holen? Das war, glaube ich, einer der ersten großen Räume. Weil ich finde die Tiefen, ganz ehrlich, es ist mir zu labyrinthmäßig. Die Waffe von Moonlight Butterfly. Dafür musst du... Jetzt war ich total abgelenkt. Du musst zum Giant Blacksmith und du brauchst einen Speer, der entsprechend aufgelevelt ist. Okay, ich brauche den Fab Ring. Das geht nicht anders. Allein schon für die 20 Prozent, weil ich habe den Ring. Das Problem ist, ich brauche ja dann später auch, zumindest für 4 Kings, muss ich ja einen Ring-Slot aufgeben. Und den Fab Ring darf ich ja nicht ablegen, wenn ich ihn einmal angelegt habe. Äh, Anor Londo ist der Riese. Okay, ich brauche das. Ich brauche das. Okay, ich brauche das. von dem großen Tor, wenn du von außen reinguckst. Wenn du die Türen alle auffachst, solltest du das eigentlich dann problemlos finden. Ah, stimmt. Hier geht es ja auch noch rein. Ja, das verdränge ich immer, weil das so schmal ist. Ach so, ja. Hier, die zwei Hunde. Das D-Respawn sollte eigentlich nicht der Fall sein. So, hier ist nämlich auch ein Dude, ne? So, hier ist ja auch noch ein Tal. So, hier ist ja auch ein paar. Ach, und hier kann man, glaube ich, durch, wenn man Hebel besiegt, ne? Ich glaube, dann kann man... Na, Kepler überspringen kann man dann nicht, weil man immer noch den Schlüssel braucht. Aber man kämpft zumindest schon mal hier hin. Ja, den Pyro-Dude können wir auch mal befreien. Ich werde zwar keine, nicht groß, äh, Feuermagie verwenden, aber vielleicht Power Within mal. Nichts auf den Hornspielen. Auch nicht mit, also ich meine nicht mit, äh, mit, äh, mit Pulver. Ich meine mit, äh, den Zaubern. Und auf den Drachensperr denke ich dann wahrscheinlich auch nichts, ne? Weil da macht es wenig Sinn, da groß was reinzuinvestieren. So, wir klären das hier mal ein bisschen. Genau, so ist der Dude. Am wenigstens geht das hier drüber. Komm, komm. Wir müssen mehr auf Distanz kämpfen, glaube ich. Also zumindest so gegen die schwächeren Viecher. Large Ember, sehr gut. So, ging es hier runter. Ja, genau. Hier ging es runter, ne? Aber hier ist doch irgendwo noch der Dude. Der, äh, Feuertyp. Lorenz ist, wie der wieder heißt. Also, ich rufe. Und das war da, wo ich das nicht bekomme. Ich, der ganze Tag wieder rollen. Okay Du bist also auch hier Oh, ich kann nicht durch die Wand durch angreifen Sehr nett Ich bin so schwerfällig Hier, hier ist der Dude So Mehr wollte ich nicht Frage, kann ich jetzt schon Bei André irgendwas upgraden Ich glaube ja nicht Weil ich glaube, dafür fehlt das Upgrade-Material Weil dann wäre Nächster halt Das Asylum Mit Stray Demon Dann Quilag und Ceaseless Und dann eigentlich Schon Pinwheel Bei Pinwheel habe ich ehrlich gesagt Ich habe wenig Lust Mich durch die Katakomben zu kämpfen Muss ich sagen Hast du irgendwas Sinnvolles für mich? Soul Arrow Soul Arrow Great Soul Arrow Ball Control Wäre eigentlich auch sinnvoll Great Heavy Soul Also es wird echt ein bisschen Schlimm mit den Namen Magic Shield Bringt uns nicht Da wir kein Schild Verwenden Also nicht In dem Sinne Oral Decoy Come on Ball Control Holen wir mal Magic Reapon bringt ja nichts Denn unsere Endgame-Waffen Nicht entsprechend damit Aufgerüstet werden können Die zwei müssen uns mal merken Ich mag die Katakomben Katakomben sind cool Aber ich glaube Man soll halt eigentlich Am Anfang Wenn mit einer Entsprechenden Waffe rein Und die haben wir nicht Das Horn lässt sich Nicht mal manipulieren Also ich meine Dass ich Magic Reapon Den Zauber drauf anwenden kann Aber ich vermute Aber ich Normalerweise ist es glaube ich So wenn du nicht Pulver drauf packen kannst Dann kannst du auch Nicht mit Zaubern Irgendwas machen So weit ist es mit euch Zwei Nasen hier Oder drei Weil ihr habt doch auch Teilweise Upgrade Material Droppt Das ہے Das heißt surrounded ados Was inary W Das Vers V Ich habe jetzt die Paint absolviert, Gegner gelegt, Seelen gefarmt, wir hätten mal verwässert, dass wir umwandeln können. Wie kennen wir uns? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind jetzt zwei Stunden hier. Large Amber. So, jetzt haben wir hier Large Titanite Shirt, brauche ich hierfür. Und ich habe beides nicht und ich fixe auch nicht von ihm, genau. Okay, was ist einfach für eine Familie? Ja. Ich finde es gerade ein absolutes Trauerspiel, dass wir so lahm sind. Ich meine, Dark Souls 1 hat wenigstens noch einen sehr mächtigen Seelenglitch, aber das hier wäre auch der einzige Run, wo ich darauf wirklich zurückgreifen wollen würde, im großen Stil, weil es zum Charakter passt, das zu können. Aber es wäre halt auch ein absolutes Limit-Ding. Oh, wow. cher Das ist Lautrack noch hier. Ja, der ist noch da am Chillen. Was? 50, 32 GB USB-Sticks? Ich hab ein und weiß nicht, was ich damit tun soll. Jetzt hab ich 50 Sticks, die gleich aussehen. Ähm, Etikettiergerät. Ich glaub, das könnte dir helfen. Äh, wie sieht's eigentlich in den Seelen aus? Ich hab Moonlight Butterfly. Ich hab, okay. Na gut, die Moonlight Butterfly-Seele brauchen wir halt noch. Neh. So, Zeit fürs Dredemon. Okay, Rollen reicht. Das ist schon mal gut zu wissen. Hat mir der mein Follower angelassen. Dankeschön. Aber erwarten nicht regelmäßig Dark Souls Content. Das ist jetzt die Ausnahme bei mir. Ich habe ein bisschen mehr vor mit dem Spiel. Aber es ist definitiv nicht mein Premiere Content. Ich frage mich ja wirklich, was sich bei FromSoftware und was sich die ersten Tester vor allem gedacht haben. So von wegen, ja, ihr müsst in das Nest und euch da zusammenkugeln wie ein Ball. Soll nicht Fortnite oder World of Warcraft spielen? Äh, spiele ich beides nicht. Wobei ich WoW noch eher, je nachdem. Also wenn ich einen Grund dazu hätte vielleicht. So, wir aktivieren erstmal das Lagerfeuer hier. Weil ich habe keinen Bock jedes Mal erst da hochzuklettern und mich dann ins Nest zu legen. Ich überlege wirklich, ob ich Logan nicht jetzt schon töten... Nicht Logan, äh... Lord Shrek nicht jetzt schon töten soll. Einfach weil ich den Fab Ring vielleicht wirklich brauche. Einfach weil ich den Fab Ring vielleicht wirklich brauche. Und dann haben wir nicht die... Die Seelen. Kannst du mal deine Bros hier töten? Das nervt jetzt gerade echt ein bisschen, dass ich so unbeweglich bin. Das nervt jetzt gerade echt ein bisschen, dass ich so unbeweglich bin. So, und du bist hier. Okay. So, wir kleben uns wieder an seinen Arsch. Und wenn er seinen Hammerangriff hat, müssen wir halt auch mit mir. ja klar das geht nicht ich muss die rüstung ablegen und lockern darf ich glaube ich auch nicht machen aber so schreck wird dann kann ich nicht sein ich habe gesagt seinen kleinen bruder auch komplett ohne das alles gelegt wie viel wiegt das ding zwei ja Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Schwierige bei dem Angriff ist nur, dass man halt von der Schockwelle extrem schlecht abschätzen kann, wie weit sie reicht Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, jetzt dämt er halt einfach nur noch seinen Angriff Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, ja, ist das Easy Mode? Was man ja finde ich voll hätte machen können für New Game Plus ist, dass der Asylum Demon direkt vom Stray Demon ersetzt wird Wenn man zum ersten Mal reinkommt Wenn man zurückkommt, dann vielleicht schon durch den Fire Sage Demon Dann wäre es natürlich uncool, wenn man dann einen davon doppeln müsste, aber ich meine ganz ehrlich, diese Bosse sind sowieso fast alle gleich Dann wäre es noch nicht so lange, wenn man sich das Dann wäre es noch nicht so lange, was man sich nicht so lange, wenn man nicht so lange, was man sich auf die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Naja, vielleicht findet sich noch irgendwas, wofür es sich lohnt hat, Faith hochzuleveln. Ich glaube der Drachen, äh, der Drachenfilter-Speer skaliert damit. Rusted Iron Ring. Oh, hallo. Okay, das kann ich nicht parieren, aber das. Okay. 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 Oh, Red Tears... ...da war ich gerade in Tearstone Ring Range. Aber ich glaube nur für den Blauen. Den roten habe ich ja gar nicht. So, jetzt Intelligenz. 13 bringt natürlich jetzt erstmal noch nichts. Gibt es irgendwas, was ich mit Snugly traden könnte? So, hier müsste das auch nochmal so ein Black Knight sein. No? Okay. Okay. So, jetzt haben wir die Puppe. Da muss ich mal kurz aufs Wiki schauen, was man alles mit Snuggly traden kann. Okay. So, was ist jetzt bei Snuggly? Was kann sie alles? Äh, so, Titanite Shunk für Müll, Sunlight Metal für ein White Titanite Shunk, Blood Red und Purple Moss kann ich einmal jeweils für Twinkling, das bringt mir jetzt, glaube ich, nicht so viel, aber kann man mal machen. Humanity und Rare, ja, Purging Stone, Rhythm Stone habe ich jetzt natürlich nicht. Demon Titanite, kriegt man zwei Stück von ihr. Eggworm, a huge Dragon Scale, was, wofür gab es die, was war für die Dragon Scale? Für Drachenwaffen, okay, bringt mir nicht zu viel. Okay, also tierisch eins hier. Ich habe noch nie mit der getradet, glaube ich. So, die Dark Souls Game Server funktionieren gerade nicht. Na, ich muss. Cancel. Machen wir doch direkt wieder, dass es in Offline-Modus startet. Verging Stone, ja. So, dann haben wir einmal hier. Okay. 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 Ich weiß zwar nicht, ob ich das Zeug für irgendwas verwenden kann, aber... wieso kann ich das nicht fallen lassen? Muss ich es erst aus meiner Liste rausnehmen? Okay. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wieso hat diese Krähe eigentlich zwei Nester und brütet in beiden? Sie kann doch nicht in beiden gleichzeitig brüten. Das funktioniert nicht. Das ist doch mal eine Frage für die ganzen Dark Souls Lore Spezies hier. Was ist mit der Krähe? Ja, wir gehen mal eben herbelegen. Oder probieren es zumindest nochmal. Was ist mit der Krähe? Was ist mit der Krähe? Okay. Das reicht noch nicht. Dann nutzen wir einmal kurz den Drachen oben. Danke schön. Hi, Darlene. Willkommen zum Stream. Sollen wir jetzt Kertunen, Great Soul Arrow. Mal gucken, ob das gegen Hevel was ausrichtet. Aber ich habe fast die Befürchtung, nein. Da ist der Stalker und ich wollte schon sagen. So, mal sehen. Ich habe ja fast die Befürchtung, dass das jetzt richtig schief geht. Ja. Ja. Okay. 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 Es staggert ihn auch nicht, wenn man auf ihm landet. Oh, aber einen Backstep kriegen will. Mensch, danke für das C1 Abo. Ich habe leider aber nur ein Emote. Wow. Okay. Ja. Äh, Darlini, das klingt, als ging es dir nicht gut. Aber Hunger ist natürlich immer ein valider Grund, um aufzustehen. Oh! 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 Ja komm, komm her Herr Will. Au, ja klar, er wandert mich einfach, ich sag ja, der Pfannkuchen Mann. Okay, Heavy Soul, ja stimmt, Heavy Soul, aber da braucht er ja so ewig, um auch abzufeuern. Aber wir haben eine Strategie. Oh, du machst die Tür hinter dir, er macht die Tür hinter sich zu, ist ja super. Oh, du machst die Tür. 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 Oh, das ist ja super. Das war's. Na komm, komm her, Hebel. So, ich mach sowieso jetzt mehr Damage, weil ich nicht, weil ich jetzt zwei Hände, das hab ich vorhin nicht gemacht. Boah, das war knapp. Oh, ich hab ihn allen Ernstes gestaggert gerade. Man kann Hebel-Guard-Breaken. Tschüss. Hebel's Ring, sehr gut. So, jetzt gucken wir doch mal. Blue Tear Stone Ring, ganz ehrlich, das Ding ist so nützlos. Äh, so, jetzt aber Elite-Night-Armer. Zumindest fühl ich mich nicht mehr ganz so schwerfällig. Ne, ich bin auf jeden Fall unter halbem Equip-Load. Das Ding ist, wenn ich mich dann noch auf den Pep-Ring verlasse, hab ich das Problem. Den Pep-Ring kann ich ja dann noch nicht ablegen. Aber ich muss ihn auf jeden Fall ein Ring austauschen, wenn ich gegen die vier Könige kämpfe. Ich finde es geil, wie der Chat gerade einfach Nudelrezepte austauscht. Wieso nicht Nudelrezepte, aber halt, äh. Äh, äh, ähm. Suppenrezepte. Ach, Darkroot Basin. Warte, kommt man hier? Ach. Hier bin ich jetzt. Oh. Ich halte nicht viel aus. In Sachen Chili halte ich auch nicht viel aus. So, nochmal kurz den Drachen, damit wir wenigstens den einen Level noch voll kriegen. Dann können wir eigentlich ab zu Ceaseless und, äh, Relag. Okay. Und dann wollen wir endlich zurück. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Und dann sind wir noch nicht los. Och, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh. Oh. Oh, komm. Okay. Kennt ihr das eigentlich mit Zucker auf Nudeln? Ich kenne auch ein paar Leute, die sowas machen. Okay. Okay. Ach, hier war ja auch noch eine Seele. Die habe ich die ganze Zeit liegen lassen. Aua. Okay, mehr Dam... Macht jetzt gerade auch nicht weniger Damage als mein Speer. Einmal. Der Spiel und ich waren noch zusammen auf der Grundschule. Wat? Ich wollte schon sagen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass ein paar Leute aus meiner Grundschule Zeit das vielleicht wissen. Aber ich beschrei es auch eigentlich nicht, dass ich streame. Und ich habe eigentlich auch mit keinem mehr aus der Zeit Kontakt. Von daher. Dankbar. Ja, das können wir bei Snuggly mal eintauschen bei Gelegenheit. FPS Town. Tee to New London Runes. Ja, das brauchen wir auch noch. Gut, dass ich die Kiste gesehen und geöffnet habe. Ach ja, stimmt. Du versteckst ja Power Within, ne? Ich habe das Gefühl, wir werden Power Within nicht nutzen können. Du hast diesen Power with Presentation. down. �� Ja, da war eine Feuerhüterseele, oder? So, du heilst, glaube ich, nur, ja, das heißt, das bringt schon mal gar nichts. Ja, was für ein Troll, die droppen die Sachen, die es nicht heilen. Ja, ich habe nicht so das Problem, dass ich ein Mod brauche. Ah, da. Feuerhüterseele. Feuerhüterseele. Dann können wir einfach mal gerade zurück. Habe ich mal Firelink? Ja. Da nehmen wir nämlich gerade mal noch den Estes Flask 3 mit. Lord Shrek? Echt jetzt? Ich meine, gut, wir können es notfalls bei der... Nach Krelak darf bei der das machen, aber... Ich hatte tatsächlich gedacht, dass Lord Shrek die Feuerwaifu erst tötet, wenn die beiden Glocken geläutet wurden. Ich hoffe, es ist nicht so sehr, 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 sehr. Ta relaxing. via務herzuseel Achso, die zwei spawnen ja gar nicht neu. Das ist schon mal gut. Ne, die spawnen. Die spawnen nach. Wollte schon sagen. Aber erstmal nur den einen, bitte. Ich gebe einfach mal 500 Seelen. Noch mehr. Einmal links. Okay, du greifst nicht nochmal an. Huch, der ging jetzt durch mich. Durch. Okay, das war jetzt gerade scary. Okay, den lasse ich jetzt einfach da stehen. Kommst du jetzt ernsthaft nach? Okay. Okay. Ähm, ging es nicht noch irgendwie runter? Ich würde schon sagen, hier gab es doch noch eine Treppe. Darüber gehen war nicht nötig. Okay. So. Okay. 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 So, einmal Menschlichkeit. Dann müsst ihr uns ja theoretisch gleich hier Mildred angreifen. Ähm. Unser Fuß ist ein bisschen, was? Undine. Das ist nicht gesund. Glorantienring. Ähm. Wo war der nochmal? Also in Dark Souls 1 habe ich den eigentlich nie groß verwendet. So. So. Attune. Magic. Ähm. 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 So. 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 So kann man es auch nennen. So. Wie trigger ich jetzt, dass, äh, Mildred kommt? Ach, hier geht's ja auch, hier ist ja auch noch. Richtung Aschsee. Ähm. Das ist ein ganz schöner Abstecher. Aber ich muss ja sowieso den Weg auch wieder zurückgehen. Okay. 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 Ah, 3.000 Seelen. Sag ich nicht nein zu. Okay. Okay. Uh. Okay. 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 So, da drüben habe ich vorhin auch was leuchten sehen. Genau da. Man-eater Mildred. So, wenn wir nicht sterben, können wir sie dann auch gleich beschwören. Okay, ihre Angriffsmuster sind zum Glück auch relativ leicht. Drei Humanity, nice. Und sogar ein bisschen Estus. Okay, hier ist noch eine Seele. Boah, hier sind so viele Seelen und vor allem große Seelen. Ähm, so. Ash Lake war... Aua. Zwei Abos der Stufe 1, also jetzt geht's aber los. Dankeschön. Wo war denn dieser Baum, wo man ins Ash Lake reinkam? Das war doch auch hier in der Ecke. Es hat genervt, Zweiter zu sein. Ich glaube, du bist auch erst der Zweite, der Abos verschenkt. So, komm, hier. Mildred. War ich jetzt heavy? Ich finde die Namen für die Zauber echt nervig. Ich habe jetzt wirklich die falschen genommen, aber ist egal. Hatte eh nicht vor, Magie einzusetzen. Oh, du streamst ja noch. Ja, ich streame noch. So, komm, Mildred. Verdiene dir deinen Lebensunterhalt. Aua. Den Angriff hatte ich ja ganz verdrängt. Okay. Komm, eine Menschlichkeit. Wir haben jetzt sowieso gerade drei bekommen. Mach mich zu einem richtigen Jungen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Es sind schon ein paar sehr markante Designs dabei, ja Untertitelung des ZDF, 2020 Stimmt, stimmt ja, der menschliche Teil ihres Körpers ist ja angreifbarer als der Spinnenteil Ja, und sie hat manchmal ein bisschen ein Problem mit der Lava. Und ich kann sie nicht heilen. Ich komm, längst sie ein bisschen ab. Aua. Sie spammt auch die Lava, ja, und damit kommt Mild wird halt überhaupt nicht klar. Was? Ach komm schon. Danke, Dark Souls. So, aber wir nehmen dann auch gerade mal die richtigen Zauber. Mal gucken, ob das was bringt, wenn ich sie erst ein bisschen bombardiere, während Mildred halt das Feuer auf sich zieht. simultaneously. Mal gucken, aber wir schauen uns Shotziung. Boatwärter. Aber wir nehmen dann auch weiterel Stein. Oh, echt, das war richtig. Ah, genau schnell. Oh, ich bin ein bisschen behinder. Ich bin ein bisschen sch цел auf dir der Eiskey nicht mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, jetzt gehst du auf mich Budget, jetzt wäre eine gute Zeit Okay Wenn man einmal wieder in den Mustern drin ist, geht es voll Nice So, Seele der Quilag, ich weiß nicht, wie viele Seelen das gibt Der Quilag Bei der Seele wäre ein Quantity Usage sehr verlockend Okay, ich weiß nicht, wie viele Seelen das gibt Okay, ich weiß nicht, wie viele Seelen das gibt Okay, ich weiß nicht, wie viele Seelen das gibt So, dann hier durch. Hier ist... Nee, hier ist kein Lagerfeuer. Aber es gibt hier... Auch eine... Geheimstelle. Wo wir dann auch direkt unsere Estus-Flasche nochmal upgraden können, weil... Feuer-Waifu ist ja gerade nicht mehr da. Moment. Das ist schon zu weit. Hier. Oh, dear. Hm. No matter. I pray that you will mind. Das ist ein Ei. Nö. Nö, kein Bock. Ich überlege, ob das Ding ist. Ich überlege gerade, ob ich es da eigentlich gerade umbringen soll für ihre Feuer-Küter-Seele. Aber ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch den, ähm... Den Eiselift-Shortcut haben will. So, Intelligenz brauchen wir, glaube ich, gerade nicht unmittelbar. Ähm... Mir fehlt nämlich der eine Zauer noch, aber der braucht ja Intelligenz 16. 100 Bits dafür, dass ich sie leben lasse. Okay, ist ja gut. Ähm... Wie viel bräuchte ich um... 25 Prozent... Ein bisschen mehr Gesundheit wäre aber auch nicht schlecht, weil noch bin ich sehr im One-Hit-Territorium. Machen wir einmal das. Und... Die Seelen von Ceaseless verwenden wir dann für... Für Decks und, äh... Strength. Ja, es müssten 20.000 sein. Ich upgrade dann auch bei der Gelegenheit direkt das Lagerfeuer hier unten. So, wo ging's nochmal zu Ceaseless? Ceaseless war... Da hinten. Fallkontrolle wäre jetzt natürlich hilfreich. Aber ich glaube, ich kann auch so hier runter. Okay. Das ist absolut an der falschen Stelle für... 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 Für Ceaseless. Was? Natürlich ist das Ceaseless. Ich meine, nicht Ceaseless. Ich meine, nicht Ceaseless. Lava-Strom-Dämon. Ja, und in englischen Fassung heißt das Ceaseless-Discharge. Da. Laufen, 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 laufen. Die Spiele grundsätzlich, äh, setzt sich inzwischen fast alles auf Englisch. Also von daher helfen mir die deutschen Namen nicht. Komm her. Komm und hol mich. Ich meine, nicht. Easy-Mode. Easy-Mode. So, sollen wir mal versuchen, ob wir noch zu Pinwheel kommen? Und auf dem Rückblick können wir noch mal gucken nach, äh, nach dem einen Ring. Wobei ich den wahrscheinlich nicht verwenden werde. Wann ist echt, ich hab Grass Crest Shield, das reicht. Entweder lassen die Magic Mushrooms nach oder du hast die... Was? 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 Ich find's einfach erstaunt, dass hier grad keinerlei Musik läuft. Das ist doch mal so ein Avatar da rechts unten. Was? Nein. Äh, nein. Ich hab' nie... Ich hab' nie... Ich hab' nie so'n Avatar gehabt. Wenn ich das verwenden würde, würde ich auch eine Facecam verwenden. Ich verwende sie eigentlich in der ersten Linie deshalb nicht, weil ich mit meinen fertigen Aufnahmen keine Facecam drin haben will. Muss weniger Pilze fressen. Das kann ich nicht beurteilen. Large Titanite Shard. Da hab' ich nichts gegen eins zu wenden. Wow. So. Okay. Äh, hatte ich den Bein nicht eine Leiter? Hier ist eine. Die Leitern im Blightown verschmelzen aber auch wirklich hart mit der Umgebung. Hier ist eine Leiter, die Leiter macht es heute einen Abschluss. Schwer, die Leiter den Bein des Blightowns. Aber ich habe hier einige Spannungen gekauft, aber ich habe hier Two-Best, die Leiter beschleunigt. Bein, wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 So, und hier wieder hoch. Ja, wir haben ja hier das Problem, dass das Lagerfeuer kaputt ist. Ich meine, in den Katakomben ist auch eins, relativ am Eingang. Okay. Das Ding ist, ich riskiere jetzt nicht, dass... Komm, ich muss sowieso zu André. Ich riskiere jetzt nicht, dass ich da verrecke. Und, äh, den ganzen Weg von, äh, da Blytown ganz unten wieder hoch muss. Und, äh, da Blytown ganz unten. Und, äh, da Blytown ganz unten. Alles klar, ciao Fuzuka. Okay. Äh, lass mich raten. Ja, ich kann immer noch nur die normalen kaufen, die kleinen. Ich glaube, die großen kriege ich erst bei Sans Fortress, glaube ich, bei dem einen Händler. Und ich denke mal dann beim Giant Blacksmith in Anor Londo. Okay. 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 So, auf dich habe ich keine Lust. So, testen wir doch mal kurz, wie der Schaden gegen die Skelette jetzt ist. Naja. Besser, aber immer noch ziemlich meh. Also der Weg zu Pinwheel wird schwerer als Pinwheel selbst, würde ich vermuten. Ihr seid mir alle egal, ich geh nur hier runter. Ja. Also der Weg zu Pinwheel, bräuchte Naja. Rün, nach den Karten. Ich nehme es noch einen Weg zu einig. Bist du los? Let's go. Ja, ich bin der Weg zu Pinwheel. Das ist ja gut. Und da sind wir auch wiederum. Ich komme mir zu, was ich noch einen Randall-Fremden hat. Ich werde das jetzt nicht zum Übel Plug-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Pro-Certieren. Irgendwo hier ist ein Beschwörer. Ihr seid ganz schön hart, merke ich hier. Ich wollte schon sagen, ihr habt doch etwas gegen Massen. Wieso überlebt ihr das? Wieso steht ihr wieder auf? So, ein Lagerfeuer. Und wir machen direkt mal auf Stufe 2. So, der Dude hier steht ja nicht wieder auf. Ich glaube, hier macht es gerade mehr Sinn, den Speer hier zu verwenden. So, ich glaube, hier ist ein Lagerfeuer. Achso, ich muss ja erst den Schalter hier. Das hatte ich ganz vergessen. Komm, können wir dich zuerst töten? Oder auch so? Das heißt, ihr dürftet ja jetzt nicht mehr aufstehen. So, ich könnte eigentlich nicht mehr aufstehen. So, ich könnte das Problem sehen. Okay. 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 Ja. Keine Ahnung wie das hier funktionierte. Ja. 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 Da bist du. Ja. 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 Auf die Distanz komme ich da nicht ran. Na, wenigstens töten sie sich auch gegenseitig. Okay, sie stehen auch wieder auf. Ich habe schon den Ding. Okay. 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 Ja, toll. Aber zumindest bleibt die Brücke wie sie ist. Was ist das? Ach, die, warte, die spawnen nicht wieder. Die Beschwörer spawnen nicht neu. Was ist das? Was ist das? Was ist das? So, er ist jetzt relativ weit hinten. Oh, das ist hilfreich. Okay, war das Patches? Ah, absolut vertrauenswürdiger Typ. Ich dachte, man kommt drüber. Aber das ist ziemlich easy. Okay. 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 Das war's. Okay. Tschüss. Tschüss. Ich darf nicht aus der Estusflasche trinken, während er redet, oder was? Hallo. Hallo. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. So, ich brauche die Zaubergegen Pinwheel eh nicht. So, irgendwas Interessantes. Humanity, Mission X. Hat jetzt natürlich erstmal meine komplette Estos gerippt. So, was das denn? Ja, damit schaffe ich es, glaube ich, nicht zu pinnen, Real. Okay, okay, hier geht's nicht. Hier ist der große Dude, ne? Ah, komm, ich will Pinreel noch schaffen. Haben wir nur 200er-Säle, dass ich nicht mit 9000 Seelen rumlaufen muss? Ja, hallo. Echt jetzt? Na gut, dann töten wir halt einen noch. Na gut, dann töten wir mal. Na gut, dann töten wir mal. ganz ehrlich wir können den einen ring sowieso nicht verwenden gerade nehmen wir den so Was ist das? Was ist das? So, dass wir möglichst wenig hinter uns herziehen. Was ist das? 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 Aua! So, wo ist Pinwheel? Jetzt seht ihr euch wieder zusammen, sieht nicht so aus. So, keine Ahnung, was das jetzt getan hat. Die Kerzen sind echt irritierend. Die Kerzen sind echt irritierend. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Ah, es ist schön, wenn man gegeneinander einsetzen kann. Und hier war ich doch schon. Ah, es sind auch noch kein Ende. Okay. 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 Genau, ich wollte schon sagen, das sah schon so nach geheimer Wand aus. Okay. Okay. Hier ist ein geheimes Lagerfeuer. Möchte ich aber nicht. Ich möchte mich danach wieder zu dem oben an der Spitze teleportieren. Mit Fallkontrolle könnte ich wahrscheinlich auch noch darunter springen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich damit dann vielleicht softlocke. Okay. 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 Was ist das? 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 Ich hole jetzt Fall Control, ganz ehrlich. Und dann ist mir auch alles egal. Oh no. Was ist das? 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 Wieso? Wieso gehe ich eigentlich die ganze Zeit den langen Weg, wenn ich einfach so machen könnte? Äh, irgendwie konnte man doch hier... Ein Stück der Katakomben skippen. Ja, da drüben. Genau, jetzt sind wir wieder hier. Ja, da drüben. Ja. 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 Okay, darauf bin ich jetzt gerade gar nicht vorbereitet. Okay, darauf bin ich. Ach ja, hier ist dieser Ort. Ich frage es, in welche Richtung muss ich? Okay. 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 Das Bonfire aktivieren wir aber auf keinen Fall. Okay. Okay. Was macht ihr eigentlich für kranke Wänden hier? Okay. Kann ich raten. Da unten geht es zu Nito. Boah, ich kann hier aber schon durch. Nee, dann ist es, das ist Pinwheel. Wir haben Pinwheel gefunden. Waren wir doch richtig. Und ich wollte schon mit dem Knochen zurück. Okay. 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 Klonen sind glaube ich das Problem, ne? Okay. 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 Da beschäftigt sich nur viel zu sehr mit seinen Klonen, als dass er angreift. Klonen sind glaube ich auch mit seinen Klonen durch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt gehe ich schon drauf Ah, was für ein Krampf Ich sage ja, hier hinzukommen ist schwerer als ihn zu besiegen Hallo, Seelen? Wollte schon sagen, 15k Nice Okay, dann haben wir jetzt erstmal alles, was wir brauchen, bevor wir zu Sands Fortress gehen Aber hier mache ich auch Schlussfolger, wir sind jetzt 6 Stunden dran Danke fürs dabei sein Und ich hoffe, ich sehe euch dann, wenn wir das hier zu Ende führen Auch wenn ich noch nicht sagen kann, wann das ist Ja, bis dahin